Weh noch da ich sie! Feuer frei! Komm! Hier ist hoch! Gib mir Deckung! Feuerschutz! Gib mir Deckung! Wir sind hier auf der Schuss! Komm! Wir sind vorbei! Hier und hier! Was ist das? Hey, fang dich gerade hier LKW? Ich muss 7000 öffnen los. Ich muss 8000 öffnen. Ich muss 8000 öffnen. Ich muss 8000 öffnen. Ich habe Sichtbestimmung. Töte sie. No part. Jasnah, ausschweren. Wir haben sie umstellt. Steffa! Jah! Oh, nein! Was ist das? Oh, oh, oh. Okay. Das war's. Wird zur Gewohnheit, dass wir uns gegenseitig retten. Danke. Zum Glück sind Sie okay. Ist das der Weg hindurch? Ja. Da drin werden noch mehr sein. Sie müssen das nicht tun. So leicht werden Sie mich nicht los. Ich brauche noch Antworten. Dann verlieren wir keine Zeit. Dieser Pfad führt uns den ganzen Weg durch den Berg. Mein Volk hat diese Wege benutzt, bis die Sowjets kamen und anfingen zu graben. Was haben Sie hier unten gefunden? Genug, um Sie neugierig zu machen. Sie haben mit Dynamit und Maschinen immer tiefer gegraben und viel Schaden angerichtet. Viele der alten Wege sind eingestürzt. Aber jetzt ist es sicher. Oder zumindest war es das. Das klingt gar nicht gut. Trinity muss die alte Minenausrüstung gefunden haben. Sie wollen zu Ende bringen, was die Sowjets begonnen haben. Und es führt kein anderer Weg ins Tal. Ich fürchte nein. Nicht mehr. Das macht es kompliziert. Wenn die so weitermachen, stürzt hier alles ein. Die Sowjets haben viele der alten Wege zerstört. Diese Maschinen sind nicht für Feinarbeit ausgeliefert. Hey! Jacob! Sophia! Die Infinity ist hier! Die Infinity ist hier! Jakob, Jakob, sind Sie da? Hören Sie mich? Das ist nicht gut. Okay, okay. Ich kann die Konsole mit Strom versorgen. So, ich wünsche dir was Glück. Bis morgen. Hau rein, bis dann. User disconnected from your channel. So, liebe Leute. Und auch hier geht's morgen weiter. Heute mal Schluss. Ich werde euch natürlich jetzt noch weiterhusten. Und zwar zu Elektrinchen. Die spielt Unravel. Das Spiel mit dem Gahn. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Für die Follows. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder dabei. Ich weiß nicht, ob es morgen Vormittag einen Stream gibt. Mal schauen. Und noch ein bisschen rendern. Und bei YouTube hochladen. Ja, Kenny, hau rein. Ich wünsche dir was. In diesem Sinne. Schlaf gut. Komm gut im ruhigen Tag. Wie gesagt, Rost kommt noch. Und dann könnt ihr da auch noch ein bisschen gucken. Unterstützt ihr noch ein bisschen Sarah in diesem Sinne. Schlaf gut. Bis denn dann. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Soll das heißen? Ja, ihr Leute. Mit dem Paul ist Schluss für heute. Paulchen, Paulchen, macht doch weiter. Ja, das Männchen auf die Leiter. Seh und Winsle und Stehwände. Freize Scherze ohne Ende. Machst ja manchmal schlimme Sachen. Über die wir trotzdem lachen. Denn du bist, wir kennen dich. So, nur Fahr und Hinselstrich. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Stimmt es, dass es sein muss? Ist für heute wirklich Schluss? Heute ist nicht alle Tage. Ich komm wieder, keine Frage. Ja. Ich komm wieder, keine Frage.